In diesem Video lernen Sie Computeranschlüsse kennen. Computer haben unterschiedliche Anschlüsse. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht häufig eingesetzter Anschlüsse. Dies wären RJ45, VGA, DVI, HDMI, USB, LPD-1, 3,5 mm Klinkenstecker, Firewire und optischer Soundausgang. Zuerst zu RJ45. Sieht wie folgt aus. VGA wird verwendet für Netzwerke. Es ist ein Stecker, um Netzwerke zu ermöglichen. Zu VGA wird verwendet für Bildschirme. VGA steht für Video Graphics Array. Er wird verwendet, um Daten von der Grafikkarte analog an den Bildschirm zu senden. Aktuelle Bildschirmtechnologien arbeiten jedoch digital. Daher ist VGA eher nicht mehr reingesetzt. Der Nachfolger von VGA ist DVI. VGA wird auch für Bildschirme verwendet. DVI steht für Digital Visual Interface. Wird verwendet, um digitale Daten vom Computer an den Bildschirm zu senden. HDMI wird verwendet für Bildschirme. Ist aufgrund der grossen Leistungsfähigkeit auch geeignet für grosse Fernsehen oder auch Beamer. HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Wird verwendet, um Bild und Ton zu übertragen. USB kann vielseitig eingesetzt werden, beispielsweise für Mäuse, Tastaturen, Kopfhörer und sogar Drucker. USB steht für Universal Serial Bus. Bietet unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten verschiedener Geräte. Geräte können im laufenden Betrieb verbunden werden und werden automatisch erkannt. Zum LPT1 Wird verwendet für Drucker. LPT1 steht für Line Printer. Diese parallele Schnittstelle übermitteln Daten parallel an einen Drucker. Wurde heutzutage durch HDMI abgelöst. 3,5 mm Klinkenstecker Wird hauptsächlich verwendet für Mikrofon und Kopfhörer. 3,5 mm Klinkenstecker werden für Mikrofon, Kopfhörer, Boxen etc. verwendet. Zur Firewire Wird verwendet für grosse Datenübertragung in Form von Bildern, beispielsweise Fernsehen, über Beamer. Firewire wurde von Apple entwickelt und erlaubt hohe Übertragungsraten. Wird oft bei Videobearbeitung eingesetzt. Der Displayport hat die gleiche Verwendung, auch grosse Datenübertragungsraten für Videoübertragung. Übertragung von digitalen Bild- und Tonsignalen wird oft verwendet, um Computer und Fernsehgeräte zu verbinden. Der optische Soundausgang ebenfalls für Videoübertragung. Auch SPDIF genannt, wird für Bild- und Tonübertragung verwendet. Hier noch die Zusammenfassung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.